Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer oder vielleicht direkt mehreren Runden mit den besten Leuten aus dem besten Serverteam der Welt. Und zwar spielen wir Smash. Bis gleich. Die Grille fällt noch. Wow. Und die Strohballen, die durchs Bild fliegen. Okay, ja. Wie sind wir da? Ich hab grad das Intro laufen lassen. So, ähm. Jetzt geht's los, ne? Perfekt abgeteilt, würd ich mal sagen. Ähm, aber erstmal, wie wär's, wenn wir uns nach der Reihe vorstellen? Wir fangen mal ganz oben an, im Teamspeak, so. Petri, Heil24, der ja rumläuft, da unten. Das ist der liebe Thomas und er darf sich mal... Ach, Moment mal, ich hab dich mit Nojo verwechselt. Ich hab euren Skin verwechselt. Egal. Äh, Petri, du... oder Thomas, du darfst mal anfangen, dich vorzustellen. Boah. Ja, ähm... 24, mein Gott, das ist nicht... What? Nein. 21, ähm... Jo, läuft. Was willst du alles wissen? Ja, erzähl mal, was du willst. Du bist grad ein Stück leiser geworden, hab ich das Gefühl. Oder mein... Mikrofon... äh, Kopfhörer sind kaputt. Gegangen, weiß es nicht. Ne, achso, kein Mikrofon, nix. Jo? Ist es viel zu laut? Was ich will, ich möchte jetzt gewinnen. Wieso bist du so leise? Ja, ist nicht leise, also wir müssen nicht leise. Achso, ich hab jetzt ein bisschen aufgeschraubt, ich hab... Aber steuert jetzt, glaube ich, fast. Okay, nee, dann, äh, hab ich grad irgendeine falsche Einstellung. Nein, ich hab rausgefallen. Nice. Verdammt. Oh, direkt beide. Ja, doppelkillen. Wacht mal ganz kurz, mich bitte ganz kurz nicht killen. Ich muss mal nämlich ganz kurz nach dem Sound gucken. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mich am Leben lasst. Okay. Ähm. Jetzt rief Finger weg. Ich höre Schläge. Ja, mir kloppen uns jetzt vor dir. Oh, ich weiß, warum der Kekilizer ist. Oh, genau, wo kommt das denn her? Ja, ich weiß. Oh, Mann. Der Riesen-Sammisch gekommen. What? Entschuldigung, ich bin wieder da. Hi. Ich hatte dich bei mir zu leise gestellt. Nein. Boah, ich hab bisher, glaube ich, alle runtergeschmissen, oder? Naja, okay, nicht alle. Komm schon. What the? Ah, tja. So. Oh. Hört der nur? Was ist das? Ah, da habe ich gerade einen Gerst gehört. Wow. Wow. Alter, der ist mir runtergefallen. Schade. Okay, bisher schlage ich mich ganz gut, finde ich. Nicht bei mir denn. Nein, das wollte ich mir gerade schnappen. Das gibt es doch wohl nicht. Ja, Pesch. Ach, komm her, du. Niemand tot? Ah, Nurtro ist schon tot. Ja, bitte. Ich setzte einfach was, aber es wurde einfach so ignoriert, dass ich es gesetzt habe. Petri, bist du AFK, oder bist du... Ja, so, schon da. Wow. Voll das Loch, oder? Nein. Oh, ganz knapp, ey. Ja. Wow, nein. Hat er mich runtergekickt? Das gibt es nicht. Ja, es hat er endlich nur noch zwei Leben. Das ist super. Ja, okay. Ich hatte mich noch erwischt. Wie asozial einfach. Und wie vollkommen ungerecht. Ja, genau. Jetzt ich jetzt auch nur noch zwei Leben habe. Das geht doch nicht. Klar. Ey, wir haben doch da immer gerade von mir wegrennt. Ist das dein Ernst? So. Vectate Match. Komm, ich kriege dich. Ja, hit mich einfach, ohne dass ich es treffe. Was hast du für eine Reichweite? Oder hast du einen Autohit drin oder sowas? Ich glaube es aber nicht. Nein, jetzt bist du... Ich bin wahrscheinlich einfach nur schlecht. Hey, wieso zähle Partizien auch immer raus, wenn ich auf... ...aspekt hätte... Jetzt bist du abgehauen, oder was? Ja, ich bin hier oben. Kommst du? Ja. Jetzt ist ein Bogen, nice. Komm schon, jetzt kriege ich dich. Sei mal nicht so leise hier. Niceerweise. Was ist mit Petri eigentlich los? Ich krieg nichts von euch mit. Ich kämpfe hier ganz allein. Noiser, doiser. Wo bist du hin? Hallo. Hallo, hallo. Ich bin da. Was? Wo bist du, Petri? Nein! Ist das dein Ernst? Du wachst das Ganze seit AFK herum? Eben auch schon? Also, so, 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 so herum, so nach dem Motto, hoffentlich killen die anderen sich. Ja, ich will ja, dass du jetzt direkt verlierschst, Mario. Ich will ja, dass du jetzt direkt verlierschst. Das ist, das ist ja ungefähr. Alter, ich glaub's doch nicht. Verpisst er sich einfach. Zzzzzz, zzzz, so ein bisschen in der Ecke. Nein, doch, man findet ihn nicht. Was? Hast du das gerade eben auch schon gemacht? Ich hab gerade eben gedacht so, ähm, ich greif den jetzt nicht an, weil es asozial wäre. Ich hab dich herangriffen, wo du da abgehauen bist. Nein, ich bin daneben gesprungen. Ich bin tot. Nice. Nein! Ja, in meine Kanate, bitte. Wie geil. Ja, tschu. Oh, ich hasse das Ding. Komm schon, wir öffnen das Teil hin. Oh, nice, nice, nice Attacke. Schön gemacht, Petri. Wie muss ich denn das sagen? Äh, ja. Hört man dem aus? Nein. Kaum. Nein. Kaum, kaum. Oh mein Gott. Ach, die anderen sind schon raus, es sind noch wir beide? Ja. Wow. Check. Aha. Okay. So. Wow. Bist du? Oh mein Gott, ich bin so komplett hochgeflogen. Hier, wo ich mache. Ich bin gerade komplett hochgeflogen, ich bin wieder oben. Hallo. Oh. Hey, cool. Marvin, was passiert, wenn du hier auf Spectate klickst? Oh, Scheibe. Dann explodiert das alles hier. Aber ich werde dann irgendwie immer so hin und her gefahren und dann... Bei mir steht da, du bist so rausgeflogen. Hat sie gerade das Geflogen bekommen? Oh ja, mein Vorrat. Oh ja, Quid. Nein, falsches hast du. Ich habe das Item hinwerfen verlegt. Deshalb... Oh mein Gott. Das ist immer so ein bisschen... Oh ja, ich merke es, ich merke es. Können wir denn mal die Map präparieren? Das ist ja... Ach, komm schon. Nein, nein. Verpiss dich mit deinem... Scheiß Hammer. Nein, nein. Oh, der fällt genau durchs Loch. Das gibt es nicht. Fällt er genau durchs Loch, alter. Hey, aber ich habe irgendwie langsamkeit. Was ist das denn? Das ist, äh... Du hast das Speed ja genommen. Das ist sozusagen eine Nachwirkung noch davon. Nebenwirkung. Ja. Dein Ernst? Oh, Mario. Nein. Nein, ich habe... Ja, endlich. Ich wollte dich mitziehen. Das gibt es nicht. Oh, Petri. Okay. Bist du schnell. Mitziehen, das darfst du. Okay, warte mal, bis ich meinen Link gesacktiert habe. Go, go, Petri. Mein Hicks, oder was? Mein Link raus, ja. So. Komm ruhig her. Oh mein Gott. Super-Pick-Aggs. So. Ich gehe da nicht rein. Nein. Bist gerade selber reingelaufen. Es geht. Komm schon. Alter. Ich gehe da nicht zusammen gemacht, sodass ich so nach unten gebackt werde. Nein. Kacke. Yeah. Aber geile Runde. Echt geile Runde. Nur diesmal nicht verstecken, Petri. Ja, okay. Diesmal, diesmal nicht so, nicht so auf Feigen spielen. Okay, dann führte ich auch von Anfang an, das ist ja kein Problem. Ich habe ja auch von Anfang drauf gegangen und war ja bis zum Ende drin. Petri, mach noch eine andere Map rein. Äh, da müssen wir lieben. Na, dann lass noch die Map. Lass noch die Map eine Runde und dann können wir danach. Ich meine, wir haben jetzt noch fünf Sekunden. Die zu opfern. Oh, für eine neue Map. No. Das geht so. Das geht so. Viel Glück, Leute. Ja, toll. Der Zombie ist noch da vom letzten Mal. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ja. Hä, was kann die für rausgehen? Ja, der Zombie ist noch da. Oh mein Gott. What? Was war das? Das war die Spitzhacke. Alter, die Spitzhacke ist eh die beste von allen Waffen. Wenn man die Spitzhacke hat, die beste. Ich bin runter, ne? Nein, oder? Ihr seid schon tot? Ja. Ich habe ihn getötet, ja. Mein Beileid. Krass, Alter. Noyo zerstört mich gerade. Oh, krass. Nöööööööö. Ach du scheiße. Alter, ihr könnt mich einfach so wegaunen, ich hab 150%, aber Petri hat auch 100%, Oha, Oha! Ich krieg gar nichts mehr mit, ich werd nur auch hier weggeschleudert. Nope, das gibt's doch gar nicht. Alter, ich muss hier weg. Nö, wieso baut sich die Map wieder an? Das ist ein Creeper. Hier ist ein Charge Creeper. Monster Egg. Oh, ja, stopp. Hast du dir gerade eine Druckplatte hingeschrieben, Nojo? Hingeworfen, Nojo? Möglich. Die hab ich aufgehoben und in der Hand gehabt. LOL. JJ. GG, gutes Plugin. Nein, JJ. Alter, es kann doch nicht sein, dass wir zu dritt gerade Petri verfolgen. Wow. Ich war einfach von der kaputten Map. So. Wow. Wow, was war das? Ich wurde einfach plötzlich runtergebackt. Ja, von mir. Ich hab plötzlich am Abgrund. Von mir. Von mir. Von mir. Guckt euch das mal an, ich war plötzlich am Abgrund in dieser Folge. Guckt euch bitte diese Folge an. Ich stand plötzlich einfach aufm Abgrund. Ja, ich auch. Ich auch. Schau deine Videos ja gar nicht. Das geht einfach nicht. Oh, bitte lass es sein. Bitte. Einfach die halbe Map. Spass. Spass. Tschüss. Ich bin weg. Und regeneriert sich die Map wieder? Ganz langsam regeneriert sich. Oder du findest ein Item. Ja, Petri ist okay. Nö, ich bin ja nicht dran. Petri genau. Schmeiß mich einfach raus. Wow. Wow. Ihr habt zwar einfach keinen Ocho gar nicht. Was? Er hat irgendwie Anti-Lockback oder sowas. Ich? Cheater. Mann ey. Er hat noch ein bisschen Rückstoß. He's get it. Wow. 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 Velocity. Wow. Ja, Game. Mario ist rausgerungen. Alter. Da war plötzlich ein Loch. Wer hat den kompletten Boden aufgerissen, Alter. Das geht doch nicht. Klar. Den kompletten Boden. Warum? Oh Gott. Nein. Nein. Mario. Darum. Darum hab ich Pause immer. Uh. Ja, Petri ist raus. Ja, Petri ist raus. Wir müssen ja so, so neu joinen. Also dann joinen wir spät. Nochmal. Klar. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was? Wo ist Seidi? Wo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ikki. No. No. Ich bin daneben gewesen. Wow. Also raus? Oh. Ja. New York. Das wird ein spannendes Spiel. Ja, Spannend. Ich hab noch 2 Leben. Und zwar nur 40% Ja, gut. Jetzt. Ich kann noch nicht schlagen, so ne Verarsche. Wow, das war knapp. Nö. What? Okay. Ich hatte die Spitzhacke ganz am Anfang und habe mit der Spitzhacke geschlagen und hat nichts passiert. Was ist da unten los, Alter? Ich habe da ganz viele Tiere, die böse sind. Das meinst du? So. Ja, mein ich ja. 308% sehr schlecht. Was? Ach joo. What? Wie hast du das geschafft? Ich bin über dich gesprungen. Yo. Was war das gerade? Was war das gerade? Habt ihr es gerade gesehen? Ich war es da sicher. Ich habe da geschlichen und plötzlich bekomme ich Schaden. Und fliegt weg. Wow. Wow. Das ist der Double Jump mit dem Ding. Ne, ich stand da so fest, so am Rand hier. Guck, so. So als leer bin ich plötzlich so runter. Ja, das ist kein Problem, wenn du einmal schlägst oder mit dem Double Jump und so fliegst du doch das. Ich bagge in der Wand. Richtig für den Arsch. Was machen wir jetzt? Dann eine neue Map, dann mach ich mal kurz pausieren die Aufnahme. Das ist kein Deutsch. Dann pausiere ich mal kurz die Aufnahme und bis gleich. So und willkommen zurück. Und in diesem Moment eine andere Map jetzt, wie angekündigt. Und mal gucken, was sich hier drin alles befindet. Nicht sehr viel, die ist sehr klein. Ja, bei den Items. Ha! Zum Beispiel hier. Ey, wie sollst du das mal in Wendung bitte? Rocket Launcher. Ähm, Doppelsprung und dann Shift. Was ist damit? Dann machst du so einen Smash. Dann haust du auf den Boden. Aber dann kannst du in der Zeit lang keinen Doppelsprung machen. Yo, das ist ja mega geil. Hab ich nicht gewusst. Aber dann hast du keinen Doppelsprung mehr. Nie wieder. Doch, let's langsam auch. Alter, was geht hier ab? 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 Was ist going on? Was ist going on hier? Wieso? Ich krieg euch. Nö. Er hat einfach den Slimeball bekommen. Ich hab ihn einfach rausgeworfen. Das ist das geilste. Ich hab ihn einfach weggeworfen. Peter ist ja her. Oder bist du grad rausgeflogen, oder? Jo, da, 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 da. Nice. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab keinen Doppelsprung. Alter, Neujo. Ja, genau. Was? Ist okay. Ach genau, mit rechts kannst du ein paar Leute aufnehmen, gell? Noch so unter dem Werften. What? Oh Gott, ey. Das ist ein Quatsch, ey. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, was die Items machen. Einfach rechte Maus, dass du draufdrücken. Ja, eben, aber... Oder immer Q drücken. Sobald du ein Item hast, Q drücken. Wieso? Ja, das ist super. Dann explodiert's. Ja, das wird alle Gegner. Das ist Geheimwaffe. Ja, genau. Jetzt bin ich auch wieder rausgeworfen. Was? Äh, im Moment. Was? Du bist raus? Ich hab grad erstmal ein Leben verloren. Was aber auch schon irgendwie traurig ist. Was? What?! Das ist wie Enderperle. Ich hab keine Ahnung, was die Items machen. Die Enderperle... äh... ...damis teleportierst du dich. Und je mehr Prozent du hast, desto größer ist halt dein Rückstoß. Das weiss ich, das habe ich mittlerweile mitbekommen. What? 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 Ihr habt mich voll gerne rausgeschmissen. Dabei habe ich nichts mal gemacht. Das hat, das hat mega Rückschluss dir gegeben. Was hast du denn, dass ich so einen fetten Rückschluss hatte? Keine Ahnung, ich bin so von unten gekommen und hab doch gerade so noch so... Du bist von unten gekommen? Ekelhafter. Äh, von oben. Petri packt durch den Boden hier. Double Jump. What? Ey. Komm schon, so. Your Double Jump is charging, ich will das nicht. What? Ich bin auf den Nettboden drauf. Geil, ja kannst du auch hin. Was? Alter, 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 alter. Was hier gerade abgeht. Oh, ich finde das die geilsten... Eigentlich auf... Geilsten... Scheiße, Map! Nein, nein, schnack. Boah, ey, das ist gerade nicht was ich gerade bekommen habe. Das geilste Item, was es gibt. Die Spizzacke? Nein, Suppe. Was ist das? Ja, 100, 100 Leben. Ja, also... Die Halt, fast krumm vielleicht, je nachdem. Was? Was? Wie hast du das gemacht? Nee. Komm schon, nein! Wow, wow! Nein! Ja! Das war schon wieder wegen dem verkackten, verkackten Doppel-Doppelsprung! GG, schon wieder! Scheiße! Ich bin halt erwarten. Nee. Ich bin halt erwarten. Aber ich kann nicht mehr... Hä? Aber die Revanche kommt. Glaubt mir, die Revanche kommt. In 30 Sekunden. Werde ich dich vernichten. Jo, das kann man auch hier machen. Ich werde euch jetzt besiegen. Nicht. Hier ist ein Viech, das fliegen kann in meinem Zimmer. Also es war hier. Wie machst du das mit der Stimme? Das ist voll komisch. Wie mache ich was mit der Stimme? Peter, mach du mal! Du kannst das auch gut. Was? Ich kann das gar nicht. Nein, ich meine... Ich meine so mit dieser Pedo-Stimme. Zieh mich doch nicht, du. Ist das ne Batman-Stimme? Ist das ne Batman-Stimme? Schöne mich doch! Jo, zünd mich an hier! Oh mein Gott! Ein Lagerfeuer hier! Setzt euch ans Lagerfeuer! Jo, wahrscheinlich! Ja, ich spare mal die auf. Ich verballer das nicht immer so komplett wie ihr. Sondern, dass ich euch anzünden kann. Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Schade. Was ist das Enchantment-Bottle-Ding? Was macht Ice Cube? Ähm, das ist so ne Eisgranate. Und das kann der anderen dann einfrieren und verlangsamen, wenn der dann in der Explosion drin ist. Das Glachtgeräusch riecht mich so mega auf. Fuck, fuck, fuck! Ein fucking Gast! EG! 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 Habe ich euch gerade beide rausgekickt? Ah ne, doch nicht. Da ist noch einer. Nein! Danke! Du hast mich genau in das Schwert reingekickt. Doch mir ist scheißegal, wo ich dich reingekickt habe. Komm schon, Alter. Du schaffst es einfach richtig viel meiner Schläge auszuweichen. Komm schon. Beziehungsweise mich immer zuerst zu treffen. Das ist so ne Art Mine. Ah! Warte, was mit Petri? Wir müssen aufpassen. Der wacht euch wieder ab, dass wir äh... Oder doch? Ne, finde ich blöd. Was? Boah! Alter, wie weit hast du mich gerade rausgekickt, ey? Mami, komm wieder rein. Okay. So, hi. Wir sind noch in ner Runde. Ja, wir sind noch in ner Runde. Kannst einfach wieder dazu kommen. Okay. Geil, Leute. Wisst ihr was geil? Oh, Scheiße. Das ist nicht so geil, wie ich eigentlich gerade sagen wollte. Das ist aber geil. Nein. Ui. Egal zu. Hab ich euch beide raus? Hör mal, warte, ihr habt euch gegenseitig stand da rausgehauen? Ich hab mit dem Rocket Launcher da auf euch drauf gehauen. Ihr statt... Da steht ihr habt euch beide gegenseitig rausgehauen. Richtig unfair. Mach ich mir so viel Mühe? Ja, Mario. Wahrscheinlich hast du was falsch geplant. What? Man, die war genauso geil. Wow. Geil. Richtig. Geil. Mario. Du zwei wieder im geheimen Ding, Simon. So richtig geil. Wow. Scheiße, ey. Keine Scheiße. Ich glaub die Map ist im Arsch. Ah, hier hat dich nicht schon ein Leben verloren. Ich dachte, ich hätte schon ein Leben verloren. Hi, Mario. Hallo. Ich mach dich so richtig Eisgeld weg. Wir lagen nicht bei uns. Du sagst, Map ist am Arsch? Ja, die ist am Arsch. Ja, jetzt nicht. Aber quasi vorhin. Ja, ich hab grad ein Item dafür gefunden. Wie sieht das aus? Das ist so ein Emerald. Cool. Ja, Emerald, Reproduktik komplett. Wow! Wo bist du plötzlich hin? Ich bin oben drauf geh. Ah, danke schön, in das Schwert rein. Ja. So wie du gerade eben bei mir. Nein. Oh nein. Oh nein. Wow, war das knapp. So mega knapp. Die Kacke ist, ich komm hier nicht rein. Aber ich komm hier raus. Robin, kommst du rein? Ja. 0,2 unter dem Secret. Ja, ja, ich komm hier hin. Warte einen Moment. Bin auf dem Weg. Nein! Ich war schon drüber! Ich war schon drüber! Ja? Nice Naruto. Ganz einfach. Was? Oxy Lost Reaction zu selber. Habt ihr das auch? Wow. Gigi. Wow. Zuzu. Noch mal? Äh, würde ich sagen. Noch mal ne andere Map. Ja, können wir aber auch. Dann gehen wir raus und ich mach das. Ich hab ne Ideen, ich weiß wer. Okay. So, willkommen zurück. Ich bin der neue Mario. Hallo. Und diesmal müssen wir aufpassen, weil diese Map, die ist böse. Du auch. Ja toll. Ekelhaft. Weil sobald man hier in die Lava fliegt, die so am Rand ist. Wie bitte? Du hast no Knockback. Du hast no Knockback hier. Nein. Ach guck mal. Ach guck mal. Ja. Hast du ausgeschalten oder was? Nein. Ich hab nur den guten Pink. Ja, freilich Mario. Oh mein Gott. Was ist? Wieso? Wow, das war knapp. Wow. Shit. What? Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab die Map zerstört. Bist du AFK, Petri? Nein. Ja, dann steh doch nicht so blöd rum. Ich hab schon aufgehört dich zu schlagen. Ja, ich weiß. Ich komm nicht mehr hoch. Nö. Oh, ich dachte, ich bin gefangen da drin. Ist ja schön gewesen. Weil irgendwann wirst du dann erstickt, sozusagen. Bitte, 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 bitte. Was passiert dort? Schöne Bombe, Granate. Läuft. Ja, ja, ja. Ja! Das gibt es nicht. Erhaupt nicht gerade so einmal nach dem anderen raus, ey. Krasse Sache. Petri, ich will meinen Rach noch von eben. Ist das eine Splittergranate? Ja. Da würde ich ganz weit weg gehen. Irgendwann. Nein! Ich kann mich selber in die Lava gehen. Gebackt. Gleich falsch. Ich hab grad jemanden reingeworfen. Voll in die Lava, ja. Dankeschön. Gerneschön. What? Mario? Ja. Nein! Nein, ich gauch. Scheiße, ich bin draußen. Was ist denn? Oh, Petri, die Lunge. Ich muss grad weggehen. Ich bin grad so ein bisschen... What the fuck? Ich muss ein bisschen leise sein. Meine Schwester hat schon an die Wand geklopft, dass ich zu laut bin. Boah, ey. Dieser scheiß verkackte Doppelsprung, ey. Das backt mega. Ja. Ich war eigentlich schon drüber und plötzlich backt er mich runter in die... das Brot. Das Brot. Ich wollte das Brot. Was bringt das Brot? YOLO! 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 Äh, ja. Ja. Ja, super. Super. Okay. Verdammt, ich seh euch nicht mehr, wenn ihr so weit hinten seid. Schade. Es ist ein Schwester. Wow! Ich seh nichts. Machen wir nochmal eine Runde auf dieser Map, oder? Würde ich sagen. Aber bis dahin beende ich die Aufnahme, weil sonst müssen die Zuschauer zu lange warten und seh nichts. Bis gleich. Du könntest auch einfach einen Zeitraffer reinmachen. Na gut, wenn man es sehen würde, dann wäre es ja noch okay. Aber so ist es schon... Na, sieht man ja eh nicht. Ja, okay. Bis gleich. Ist es okay? So. Ah, ja. Und es geht... Es geht wieder weiter. Ähm. Hehehe. Diesmal nur zu drittem. Wir werden direkt mal das Eis. Marvin ist wieder ausgetimt. Die Telekom. Ich geh mal auf die Druckplatte, so ganz... aus Versehen. Uh, 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 uh! Nein, es hat ja gerade beide da reingefallen. Ja. Klasse Sache. Wo bist du? Wow. Wow. Wie kannst du mich erwischen? Niemand erwischt mich, wenn ich über die Leute fliege. Aber du erwischst mich dabei jedes Mal. Was hast du für einen Ping? Einen guten? Hoffe ich mal. Ja, was heißt das? Keine Ahnung, was ich gerade für einen Ping habe. Es hat mich ausnahmsweise mal nicht zurückgepackt. Warte mal, wo ist Petri? Ja. Okay. Er versteckt sich irgendwo in so einem Punkt. Okay, warte. Verbrudung auf Petri? Ah, er ist gelieft. Echt? Oh, stimmt. Ich sehe es. Lord. Wir sind alleine. Eins gegen eins. Okay. Nein. Nein. Dumm. What? Oh, nice. Jetzt habe ich das 3 zu 0. Jetzt musst du dieses nice reinschreiben, das ohne auch benutzt. Nö. Doch. Lacker. Wow. Nein. Ich bin dumm. Nice. Habe ich erst ab gewonnen? 3 zu 0. Warte, ich wurde angestupst. Oh, krasses Ding. Sehr, sehr krasses Ding. Auf jeden Fall. Damit habe ich mich, äh, gerecht für die Runden grad eben. Alles, warte Liebe. Einer und User. So, sollen wir dann mal, ähm, sagen... Lass mal mich noch mal rein... Reinsetzen. Er ist in Reingangsfall. Ja, warte, ähm. Dann, dann mache ich jetzt mit ihm die Abmoderation. So. Okay. Okay. Ich wollte jetzt die Aufnahme beenden. Weil die schon, äh, lang genug jetzt war und spaßig genug. Und... Wow! Ähm. Sollen wir dazu sagen, nur springen wir zusammen gleich hier auf der Map runter. Komm. Komm. Komm mit. Hier bin ich, hier bin ich. Komm, wir springen jetzt zusammen runter. Okay? Ja. Zack und... Yay! Tschüss!